Moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ihr Lieben, ihr seht es schon wieder einmal ohne Beutelchen, denn Beutelchen ist weiterhin das Abflussrohr gerutscht und es wird immer schwerer, sie da rauszuholen. Da hilft noch nicht mal Vaseline. Wir müssen, glaube ich, einen Pömpel nehmen und mal ein bisschen Druck aufwenden, damit sie weiter rutscht und am anderen Ende wieder rauskommt. Das wird vielleicht noch bis zur nächsten Folge dauern. In der letzten Folge hatten wir noch mal das Portal uns angeguckt, weil wir die genetischen Teile endlich brauchen. Ich muss mir mal was zu essen holen. Wartet mal, ich hole mir jetzt erstmal was zu essen. Ich würde noch ein neues Portal aufmachen, um einfach zu gucken, dass wir mal an diesen genetischen Teilen rankommen. Weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses, ich habe keinen Bock mehr auf dieses eine Frack. Ganz schnell weg damit. Was willst du denn hier? So, deswegen das einmal schließen. Seltenheit 5, Schwierigkeit 1. Ich nehme das hier. Schwierigkeit 3. Nehmen wir lieber die 1. Auf jeden Fall sehr viel grün, sehr viel pink. Ich nehme jetzt einfach mit. Grün, pink, blau, magenta. Grün, oh, nice. Ja, ich glaube, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Blau nehmen wir einfach mal mit. Agenta nehmen wir einfach mal mit. Grün nehmen wir einfach mal mit. Gelb nehmen wir mit. Ich habe keine Pulsare mehr. Ungünstig. Wartet mal. War das hier? Nein. Geht das? Ja gut, dann mache ich ein paar hiervon. Oder hatte ich schon im anderen Bereich die Pulsare? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß es gar nicht. 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 Er kommt nach. Er reicht erstmal. Hoffentlich. Ja, Star Gang. Wartet mal kurz. Bevor wir da irgendwas verbrauchen. Okay. Na, das ist doch was Gutes. Pulsare haben wir hier. Dann lass mal gucken. Ja, komm. Ich packe die Kollegen einfach mal hier rein. Oh, ja. Ich sollte ein paar Teile mitnehmen. Ein paar. Und rein da. Ich mache das jetzt eigentlich nur wegen dieser Tierrakete, damit wir ein bisschen mehr Terriere bekommen. Wenn wir das nämlich haben, dann können wir den Extraktor endlich freischalten. Mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Kiste finden. Da drüben. Ich glaube, die werdet ihr so nicht finden. Da ist eine Kiste. Da ist auch eine Kiste. Oh, gibt mir doch was Genetisches, ihr kleinen Dovis. Ich glaube, ich werde hier keine genetische Sachen finden. Okay. So, wir fliegen gleich nochmal hin. Aber ich muss mich erstmal entmüllen. Und Müllern. Ui. Oh, noch eine Kiste. Ja, nun. Oh. Okay. So. So. Voll daneben. Oh, es macht mir langsam Angst. Jetzt bustet er schon wieder um sein Leben. Oh, die Gäune. Nice. Haben wir. Nein, trinken hätte ich gerne wieder. Nein, trinken hätte ich gerne wieder. Danke. Sorry, Boris. Es geht nochmal rein. Oh. 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 Hopp. Dann wollen wir mal gucken. Handlöhrchen, wie geht's. Bitte sei nicht so groß. So. Es ist weiß. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das sah gerade nicht aus wie grün, ne? So, guten Tag. Ich glaube, in den Fax bekomme ich wirklich keine genetischen Teile. Pflanze kannst du gerne wieder haben. Ja, Zellulit. Habe ich gerade echt die... Was will ich haben? Schön ist, dass man das Portal von hier aus sehen kann. Oh, Froscheier. Froscheier. Tier. Oh, das müssen wir irgendwo reinsetzen. Die bringen uns... ...sehr viel. Die Froscheier dürfen leben. Gut, das ist das. Links oder rechts? Oder geradeaus? Ach, du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist die Sicht anders. Aber ja, wir sind ja bei der Lava-Welt. So, hier muss ich definitiv noch eins hinsetzen. Und ich muss definitiv nach draußen. Weil ich bin rammelvoll. Geld nehme ich mit. Okay. Gut, wir gehen erstmal wieder raus. Ich bin rammelvoll. Das ist doch nicht grün. Das ist doch nicht grün. Irgendwas stimmt mit grün nicht. Gut. Irgendwas habe ich gerade gedacht. Oh, hübsch. Aber habe schon wieder vergessen. So, wartet mal. Wird ein mieser Fehler sein, weil jetzt die Beutelchen die Teile röhnen. Aber egal. Nun, das sieht doof aus. So. 600. Okay. Dann lasst es uns mal gucken. Das bekommen wir hin. Oh, hier hat das auch noch. Bitte. Und eine gemeine Larve. Ist das richtig? Hey, habe ich nicht... Ich bin verwirrt, aber ich lasse es mal. So. Ui. Wir müssen mal gucken, wie weit wir sind. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich durch das Stargate da drüben nicht auf die 800 komme. Aber wir müssen... Also ich will eine Rakete zünden, damit wir hier ein bisschen vorspringen können. Möchte die Rakete bauen. Die können wir nur machen mit genetischen Teilen. Wir haben nur zwei genetische Teile. Wo ist mein Wasser? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Nun ja. Ihr versteht mein Dilemma, glaube ich gerade, ne? Wo habe ich Kisten? Wo ich genetische Teile bekomme. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es durch die... Ähm... Hier durch... Durch das Portal nicht vorhanden ist in den Portalen. Momentan, komischerweise. Oder es liegt daran, dass wir noch nicht diesen Extraktor haben. Oh, wir haben übrigens die Extraktor, nun mal weiß ich was. So, hier hatte ich Kisten. Die hatte ich ja auch schon gesammelt. Ah, scheiße. Oh, hatte ich die schon? Nipp, aber jetzt. Ja, drittes Teil. Jetzt brauchen wir noch mal drei. Ähm... Gäune-Stadt waren wir. Man könnte hier noch mal oben gucken. Ob man irgendwas findet. Ui. Ja, das war knapp. Ja, ich glaube, ich habe hier mehr Glück als... Ihr wisst schon wo? Ja. Ja. Ich muss einfach ein paar Kisten finden, die ich noch nicht gelootet habe. Könnte hier sehr gut sein. Könnte. Und natürlich wird es jetzt gerade Nacht. Wo man nichts mehr sieht. Ich glaube, den Kollegen hatten wir schon. Bei den Rainbow Caves könnten Kisten sein. Könnten. Warum gibt es hier so viel Kobold? Oh, warte, bei der Magenta oben. Da habe ich gerade eine Kiste gesehen und da war ich, glaube ich, nicht. Ich brauche nur drei genetische Teile noch. Oh, Arsch. Nur drei genetische Teile und dann habe ich es. Dann kann ich die Rakete starten lassen. Jep, sehr schön. Schade. Ja, müssen wir später herkommen. Kisti. 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 Da ist eine Kiste. Bei der war ich auch noch nicht. Jetzt hapert es nur an zwei Kisten. Okay, ich glaube, hier war nichts. Ich glaube, hier war nichts. Und die habe ich auch schon längst geguckt haben. Und die werde ich auch schon längst geguckt haben. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ach, verdammt. Ähm, da geht's raus. Nee, da geht's in die Gäunehöhle. Okay. So, ich packe mal ein bisschen was hier hinten rein. So, rein hier, rein hier. Du kommst mal mit. Oh, nein. So, wir gehen nochmal kurz zurück zum Stargate. Ach, Quatsch. Vier Stück haben wir. Zwei Stück fehlen mir noch. Ist das ärgerlich? Hatte ich noch irgendwo Kisten, die ich nicht aufgemacht habe? Also, ich meine, wahrscheinlich, ja. War irgendwas in diesem anderen Gebiet? Da waren wir nur ganz kurz. Ah, ich glaube, die Kiste habe ich hier auch gelootet. So ziemlich. Komm schon, ich will doch einfach nur. Warte mal. Und plups. Ernsthaft? Es hätte so gut sein können. Schade. Ich glaube, auf der anderen Seite bei der Uranhöhle. Da ist eine Kiste. Uranhöhle. Und da fliegen die T-Netze. Komm schon, genetische Teile. Zwei Stück. Da bin ich zufrieden. Dann können wir ja weitermachen. Das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Oh mein Gott, werde ich hier gerade weggelesert? Ach. Auf einmal im PC. War das schon immer so komisch? So bläulich. Ja, ich glaube, das mit dem Extraktor, das wird jetzt noch sehr lange dauern. Ich bin auf einmal im Wissen. Ich bin ein Kind. Da, 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 da. Kiste. die leute zwei stück fehlen uns noch da hinten ist das lava gibt ja doch doch da kann hinhauen hier sind wir auch mit beute durch geflogen verdammt ich wollte mich eigentlich hier aufs platz setzen okay dann nicht ich glaube ich war nicht hier noch irgendwo da ist eine kiste das sieht stark aus mit dem baum hier ja okay nein petz höhle waren wir eigentlich auch schon einfach nur traurig so gut wir haben ja hier glaube ich noch ein paar kisten da kann ich dann alles reinpacken orientierung da ist es doch deswegen brauche ich immer lieber ist einfach nur stargate okay dann packen wir das mal alles hier rein warum zum henk habe ich pflanzen bei mir schon wieder drin ich habe keine ahnung so meine drecks loot kiste hatten wir nicht irgendwo genetische sachen noch ich bin der meinung dass wir ein paar mehr hatten ich habe irgendwas rausgeballert was ich nicht rausballern wollte so tnet ist fleißig so drei vier fünf sechs sieben stück haben wir fünf sechs sieben stück haben wir nein ist die futterspende 800 t insekten oder tiere ich würde es mit tieren vermuten wenn es insekten ist und haben was gleich ja müssen wir mal gucken meine lieben aber ich würde sagen ich werde hier ein folgenpäuse machen die suche nach genetischen komponenten ist wirklich sehr inspirierend und ja wir verlassen die folge inspirierend wieder und würde sagen ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen und hören uns die hören uns in der nächsten folge tschau tschau